Hallo Leute, der Waldorf wieder hier zu Let's Play Limbo. Zurückläuft. So. Okay, und hübs. Hübs. Ziehen. Und schwingen lassen. Und... Boah. Naja, das reicht doch. Das reicht gut. Ich hab gedacht, da muss ich irgendwie das Ding erst wirklich zum schwingen, wirringen. Ähm, damit ich überhaupt drüber kommen, aber das reicht ja locker. So, ich denke schon, wir müssen da den ganzen Weg, den uns die Headcrap gescheucht hat. Ah, da kam sie ja zurück. Hallo Schlauch. Da bist du ja wieder. Weil rechts ging's ja auf jeden Fall nicht weiter. Genau, und hier ist die Headcrap gedreht. Ah, ich seh, ich seh was, ich seh was. Ich seh ein Seil. Da komm ich allerdings nicht ran. Wie komm ich da ran? Hm. Hm. Ich brauche irgendein Hilfsmittel. Kann ich die Dinge irgendwie ziehen? Nein. Irgendwas hier. Ich drück einfach mal die Greifen-Taste. Vielleicht greife ich irgendein. Irgendwann was. Ach, ich seh schon, das ging da bei dem Aufzug gegen das da rechts noch mal. Hoppa lepp. Hoppa lepp. Aber wie kriege ich das dann da rauf? Das schaut irgendwie seltsam aus. Ähm. So, schaffe ich das, wenn ich das Ding da hinschiebe. So, und hoch. Ne, das schaffe ich. Doch, das schaffe ich sogar. Schauen wir mal, hier gibt's auch noch weiter. Ah. Kiste drauf und... ...und... ...Stückchen. So, und jetzt... ...komme schon bleibt drauf, glätt drauf. Ja, sehr schön. Ich bin schwank und... ...und... ...so. ...und... ...und... gut dass das ding keine rollen hat so nicht den eindruck für mich erst gemacht hat das ist gar kein ich habe das jetzt führen schön schön hallo schalter doch immer der macht da kommt ein seil aber da komme ich nicht ran sprich ich brauche kiste sprich das muss so und dann ganz schnell würde ich sagen es gibt zu schnell ich hatte es hier echt was mit dem hebel der hebelwirkung zu tun hat doch was bewegt sich mehr aber wenn ich den schalter jetzt wieder zurückgeleitet das ding wieder weg nimmt mich mit wie kriege ich die truhe da das ding kann man jetzt ziehen das ist ja auch irgendein zweck haben runter 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 hoch 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 nein 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 bleibt da kiste Mist. Ähm, ja. Jetzt komme ich da hin, aber ich brauche die Kiste da oben. Ne, so nicht. Irgendwie, die Kiste ist schwerer als ich. Ich bin echt grad grad los. Kann ich sie von hier oben angreifen? Ne. Ich bin echt grad. Absolut ratlos. Da stand die Kiste, da ist aber nix weiter. Hier konnte ich nützen, um da rüber zu gehen, aber das hilft mir nix. Hm. Hoch. Ich versuche es jetzt irgendwie rüber zu ziehen, aber... Ich kann es da rüber ziehen. So ein... Hängt es irgendwie schief? Und pendelt es sich dann wieder ein. Die dämliche Kiste, die dämliche. Ich verstehe es gerade echt nicht. Der Schalter... Der Schalter... Bewegt nur das. Irgendwas muss ich jetzt gegen Gewicht... Aber da ist doch keine... War da noch irgendwo eine andere Kiste? Na, da kann sie ja nicht sein eigentlich. Da würde ich sie ja gar nicht hochkriegen. Das da unten ist wahrscheinlich nur Zierde. Hm. Jetzt hole ich sie noch mal runter, gebe doch noch mal in die andere Richtung. Jetzt brauche ich nur die Kiste wieder. Vielleicht hat es ja doch was mit dem Seil links auf sich, aber da kommen wir ja genauso wenig ran. Äh, ich stelle mich doch dämlich an. Schwenken. Ich hatte eigentlich gehofft, dass das Ding... Ah, jetzt habe ich eine Idee. Ich weiß nur nicht, ob das klappt. Und, hm... So früh wie möglich packen. Rüberschieben und... Es schwingt, es schwingt. Und sobald es oben ist, hat es schon wieder aufgehört zu schwingen. Das Ding, das irgendwie rüberkickt, aber... Oder noch anders. So vielleicht... Na, so nicht... Ziehen... Nee, das kommt hier gar nicht so weit. Auflaufen, laufen, laufen, und... Das hat entweder die eine Position oder die... Andere... Hin... Hin und... Hat doch alles keinen Sinn. Von da unten... Komm mir auch nicht irgendwie hin. Hä? Das war nur Zufall, dass... Da war die Truhe... Das fasst... Ich bin verwirrt. Keine Ahnung, wie das gehen soll. Das wäre schon die Idee, dass das Ding... Gerade weil es ja... Gerade weil das... Ah, da komme ich... Hoch wollte ich sagen... Aber doch nicht. Das... Oh, das... Muss ich vielleicht... Oh, nee, das wäre es doch jetzt echt, oder? Du kannst gerne runterfahren... Du kommst hier mit rüber... Du kommst hier mit rüber... Doch, da komme ich hoch, aber... Ah, da hängt ein Seil... Ähm... Ja... Was bringt mir das Seil jetzt? Ah... Bumms... Aber ich habe es überlebt. Okay, da oben ist ein Seil, aber... Das irgendeinen Zweck hat... Ah... 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 Aber immerhin... Es funktioniert, was ich mir überlegt habe... Auch wenn es wahrscheinlich keinen Sinn macht... So... Wie dann... Wie das jetzt nochmal aus... Position schieben... Ne, ich muss erst dachten, bis es unten ist... Hahaha... Das mache ich jetzt noch... So... So... Und... Heppa... Pfff... Hängt ein Seil... Das ist nur... Äh... Ne... So wird das nichts... Na gut... Das muss ich dann beim nächsten Mal nochmal ausprobieren... Und bis dahin... Ciao, ciao... Zach... Ciao... Herr... Ach patience... Pew... Byd unquote... Ach...